Auf dem Marktplatz standen drei Polizeiwagen mit offenen Türen, hinter denen ein paar uniformierte mit gezogenen Dienstwaffen kauerten und in völlig verschiedene Richtungen zielten. Weitere Polizisten waren damit beschäftigt, Schaulustige, Mütter mit Kinderwagen und Hundebesitzer zu verscheuchen. Sie hielten neben den anderen Polizeiwagen. Die beiden Polizisten stiegen sofort aus und eilten ihren Kollegen zu Hilfe. Es ging um die Evakuierung des Bereichs, so hieß es zumindest später in den Akten. Jelm saß noch halb im Auto, als Ernst Zorn bereits auf dem Weg zum nächsten Wagen war, aus dem sich Johann Bringmanns schlaffe Gestalt zwängte und träge den Rücken streckte. Die Ausländerbehörde, sagte er mitten im Strecken, drei Geiseln. Okay, was wissen wir? fragte Ernst Zorn aus höchsten Höhen auf Bringmanns krummen Rücken herabblickend und knöpfte angesichts der Spätwintersonne seine Lederjacke auf. Schrotflinte, zweiter Stock. Der größte Teil des Gebäudes ist geräumt. Wir warten auf die Spezialeinheit. Aus Kungsholmen? fragte Jelm. Das kann dauern. Hast du gesehen, was für ein Verkehr auf der E4 ist? Wo steckt Brun? fragte Ernst Zorn. Bringmann zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Wartet wahrscheinlich auf die Promis, denke ich mir. Na egal, eine Angestellte aus dem Büro hat es nach draußen geschafft. Kommen Sie doch mal her, Johanna. Ja, genau. Das ist Johanna Nilsson. Sie arbeitet da drinnen. Eine blonde Frau in den Vierzigern stieg aus dem Polizeiwagen und blieb vor Ernst Zorn stehen, eine Hand an der Stirn, während sie an den Nägeln der anderen kaute. Svante Ernst Zorn legte ihr eine Hand auf die Schulter und sagte beschwichtigend, Versuchen Sie, ganz ruhig zu bleiben. Wir werden das schon regeln. Kennen Sie den Mann? Er heißt Ritero Frakula, sagte Johanna Nilsson mit brüchiger Stimme. Kosovo-Albaner. Die Familie lebt schon eine ganze Weile hier. Jetzt sind sie in den allgemeinen Ausweisungsstrudel geraten. Sie dachten, es wäre alles geklärt, haben nur noch auf die positive Nachricht gewartet. Und dann kam genau der gegenteilige Bescheid. Da ist ihm die Sicherung durchgebrannt, nehme ich an. Der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen. Ich weiß, wie das ist. Kennen Sie ihn näher? Ihn kennen? Mein Gott, er ist ein Freund von mir. Ich habe ihn betreut. Ich kenne seine Kinder, seine Frau, alle seine verdammten Katzen. Wahrscheinlich gilt das Ganze mir. Er ist ein zurückhaltender Mann, der keiner fliege, was zu Leide tut. Ich habe ihn angelogen. Sie wurde lauter. Ohne es zu wollen, habe ich ihn die ganze Zeit angelogen, verdammt. Die Gesetze ändern sich alle naselang. Wie sollen wir unsere Arbeit gut machen, wenn sich alles, was wir sagen, am laufenden Band in Lügen verwandelt? Paul Jelm erhob sich schwerfällig. Er zog die dicke Jeansjacke mit dem Fellkragen aus, schnallte das Schulterhalfter ab und warf es ins Auto, schob die Dienstpistole hinten in den Hosenbund und zog die Jacke wieder an. Er war vollkommen leer. Was zum Teufel hast du vor? fragten Svante Ernstson und Johann Bringenmann im Chor. Ich gehe jetzt da rein. Die Spezialeinheit kann jeden Augenblick hier sein, verflucht nochmal, rief Ernstson ihm nach, als er den Tomtberger Wägen überquerte. Er rannte hinter ihm her und packte ihn am Arm. Warte, Paul Jelm, mach jetzt keine Dummheiten. Bring dich nicht unnötig in Gefahr. Überlass das den Experten. Ihre Blicke kreuzten sich. Er sah die leere Entschlossenheit in Jelms Augen und ließ ihn los. Wir kennen einander viel zu gut, dachte er und nickte.